Einst sorgten Georg Lonei, Brad Pitt, Madame Mon und ihre Konklizen mit einem Casinoraub in Las Vegas für Aufsehen. Die drei Filme der Oceans, Reihe aus den Jahren 2001, 2004 und 2007 punkteten durch ein starren Song vom Feinsten so wie jeder Menge Charme und Witz. Am 21. Juni kommt nun eine weitere Fortsetzung in die deutschen Kinos, in Oceans 8, planen weibliche Stars den ganz großen Coup? Es ist der erste Kinofilm von Hollywood Liebling Sandra Bullock, 53, seit drei Jahren und sie hat sich hochkarätige weibliche Unterstützung mit ins Boot geholt. Doch lohnt sich der Gang ins Kino. Nach fünf Jahren, acht Monaten und zwölf Tagen wird Debbie Ocean, Sandra Bullock, aus dem Gefängnis entlassen. Endlich kann sie ihre nächsten Coup in die Tat umsetzen. Sie will beim Glamour-Wand des Jahres, der Met Gala, Diamanten im Wert von 150 Millionen Dollar klauen. Schauspielerin Daphne Kluger, Anna Hattawey, soll die Klunker um den Hals tragen. Beim reibungslosen Ablauf sollen Kleingannowin Lumila, Kate Blanchrett, Juwelierin Amita, Mindy Kaling, Trickbetrügerin Konstanze, Aquafina, Hela-Expertin Tami, Sarah Paulsohn, Hackerin Einball, Rihanna und Modedesignerin Rose, Helena Bonham Carter, helfen. Ob der Kuh gelingt? Oceans 8, bewegt sich auf dünnem Eis. Im Jahr 2016 floppte bekanntlich die weibliche Version von Cost Boosters, nicht nur an den Kinokassen, sondern auch Kritiker und Fans zerrissen den Streifen förmlich in der Luft. Ist es da eine gute Idee, auch im Genre der Heistmobis auf Frauenpower zu setzen? Oceans 8, weist etliche Parallelen mit Oceans 11, auf. Der erste Teil der Klonerei beginnt ebenfalls mit ihm im Knast, den Plänen für seinen nächsten Kuh, dem Finden seiner Steams und der Umsetzung des Raubes. Und dennoch ist der Wiebe nun ein ganz anderer. Die Ladys sind etwa nicht im sündigen Las Vegas unterwegs, sondern in New York. Sie wollen nicht einen schmierigen Geschäftsmann ausrauben, sondern ein Glamour-Event sprengen. Und während Sandra Bullock zwar als Georg Lohneis Filmschwester auftritt, weist ihre Figur Debbie Ocean dennoch große Parallelen zu Brad Pitt's Rusty auf. Beide legen einen schier nicht enden wollenden Appetit an den Tag. Zudem stellt Bullock, die eine deutsche Mutter hat, ihre Deutschkenntnisse unterbeweist. Allerdings wirken diese im Vergleich zum Redefluss von Nobel-Heidi Klum, 45, etwas eingerostet. Bullocks Konterpart ist Oscar-Preisträgerin Kate Blanzrett, 49, Tag der Entscheidung. Die Chemie stimmt, doch die beiden sind ein nicht ganz so dynamisches Duo wie Klonei und Pitt. Das mag daran liegen, dass die beiden Männer auch privat lange befreundet waren, ehe sie gemeinsam vor der Kamera standen. Bei Bullock und Blunthead hat man den Eindruck, sie spielen mit angezogener Handbremse. Auch bei der Story wird man das Gefühl nicht los, als viel etwas. Die Original-Reihe liegt von den kleinen Zankereien und Meinungsverschiedenheiten in der Gruppe, von den kleinen und großen Fehlern, die ihnen unterlaufen. Fehlanzeige bei Deladius Sollte so absichtlich das Stigma des Zickenkriegs verhindert werden? Als zwielichtiger Gegenpaar zu Klonei und Co. Glänzte einst Antigasia, 62, Dacken-Richard-Army-Tage, 46, als Claudie Becker nicht mithalten. Dass Frauen auch als böse Wächte taugen, stellte immerhin Carly Ceteron, 42, in Fast und Furious 8, ein drucksvoll unter Beweis. Bullocks Gäst ist stark gespickt. D. Medgala Im Film trumpft mit jeder Menge Promis auf. Neben Klum dürfen sich da z.B. auch Realty-starken Kadas Ian West, Mulde Gigi Hadid, Schauspielerin Cathy Holmes, Harper Common und Dennis Queen Serena Williams präsentieren. Außerdem scheinen James Corden sichtlich Spaß gehabt zu haben, als einer der wenigen Menger im Film. R. und B. Queen Rihanna, 30, Work, hingegen performt solide. Doch an zwei Ladys beißen sich alle die Zähne aus, Helena Bonham Carter, 52, Alice in Wunderland, und Anna Hattawey, 35, der Teufel trägt Prada, stillen allen die Show. Bonham Carter sorgt allein mit ihrer Mimik und Gestieg für reichlich Situationskomik. Hattawey überzeugt als biestige Schauspielerin mit Star-Allüren. Ihr übertriebenes Gehabe passt in diesem Fall wie die Faust aufs Auge. Herrlich. Auf zwei Cameos aus den Originalfilmen können sich alle, Oceans, Fans zudem freuen, auch wenn es nicht die Personen sind, die der ein oder andere womöglich vermutet bzw. sich gewünscht hätte. Natürlich kann man sich fragen, ob es diese weibliche Version der Oceans-Reihe überhaupt braucht. Fallen Hollywood keine originellen Storys für Frauen ein? Auch die teils blasse Performance einiger Ladys sowie das ein oder andere Manko im Drehbuch und der Umsetzung regt zum Naserumpfen an. Doch, Oceans 8 ist wirklich gutes, unterhaltsames Popcorn-Kino mit cooler Musik und coolen Klamotten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017